Jetzt sind wir im Fernsehen. Nämlich, das ist für alle meine Freunde, die dich kennenlernen wollen. Und denen muss ich auch erklären, was du eigentlich für die Hunde magst. Das ist Charlie, mein guter Freund. Und da haben wir zum Beispiel diesen Hund. Das ist die letzte Eroberung, die er hat. Hat 2000 Euro gekostet, die Operation. Der Dolly, der Kleine. Er hat alles gemacht. Er würde schon lange nicht mehr leben, wenn es in Charlie nicht gibt. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann können alle mal sehen, was los ist, wenn man ein paar Hunde zu Hause hat. Der Große, das ist Hansen. Hansen ist ein Flegel. Aber jetzt okay. Ich weiß, ich weiß es ja. Na ja, können wir mal kurz reingehen. Ja, wie du weißt. Ja, den müssen wir mitnehmen. Na klar, wir müssen mitten drunter sein, damit man den Rummel einmal ordentlich sieht, was da los ist. Komm, Puppi, gehen wir rein mit dir. Komm, Puppi, komm. Komm, Puppi, komm, Puppi, komm, Puppi, komm. Und Charlie hat gelähmte Hunde, blinde Hunde, reparierte Hunde. Wie geht es mit der Kitty ein? Die ist dringend. Und den pfingenden Hund auch? Er ist hier, der hat sich mal da. Aus diesem Grunde müssen wir den Charlie unterstützen. Das kostet ja alles mit dem Futter viel Geld. Und das sind alles Hunde, die alle nicht mehr leben würden, wenn es der Charlie nicht gerettet hätte. Bei manchen war ich sogar dabei. Und das ist dir. Kitty. Look at Kitty. Kitty. So, I think the message is enough, you can't cut it. So, I think the message is enough, you can't cut it. But, I think the message is enough. So, and I'm going to start this, you can't cut it. So, if you don't have to cut it off. So, I'll be like, oh do you have to cut it off. So, I hope you have to cut it in just a few minutes. I think now it's right.